die jahre ausgabe ich bin hier denn warum habe ich meinen Kopf so schreckt ja Pokémon Sonne Pokémon Sonne ja und zwar habe ich mir mal überlebt wir machen jetzt einfach mal warum auch immer jetzt habe ich den Blödsinn hingestellt, hab mich gut gemacht ich habe nämlich jetzt gerade erst, als ich die Aufnahme gestartet habe, überlegt wie ich das machen will natürlich sehr schlau ähm, zwar Wundertausch Wundertausch machen wir einfach mal ein bisschen weil, why not so einfach mal so ein bisschen Wundertausch und zwar habe ich hier zwei Pokémon vorbereitet einmal Abra Abra will ich nicht haben, deswegen tauscht ich das einfach mal ich bin gespannt, was kommen wird machen wir so lange, wie ich jetzt da zwei gute Pokémon habe Torsch-Partner wurde gefunden Torsch-Partner wurde gefunden Ja, genau! Ey, Leute! Okay, Leute! Als ob! Ist das grad ernsthaft passiert? Really? Als ob! Hä? Als ob! Ey, ne, ne? Ich hab mir das überlegt, dass ich das jetzt mal immer öfters mache. Ich mach das... Wenn ich das mache, mach ich das immer sonntags. Weil ich hunderttausend war. Warum auch immer. Okay. Scheiße, was soll das? Mann, ich will kein Abra haben. Aus dem Sinne... Level 50 oder so. Richtig stark halt. Und das Level 1 soll ich damit. Außerdem, dann wär's ja auch kein Abra mehr. Deswegen... Bullshit! 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 So, Ton wieder an. Mal dem, was diesmal wird. 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 Mal dem, was denn? Ich mach das... Versuch's gerade nur noch mal anders. Mal dem, was das ist... Mal dem, was das einfach so hinlegen oder so. Oh nein, das Ding habe ich doch schon. Ich finde das Ding übrigens mega cute. Das ist so ultra süß. Aber ich habe das trotzdem schon. Ich will es nicht nochmal haben. Oh, Mann. Hier habe ich zu meinem. Hier, da habe ich schon. Das ist doof. Das ist sehr blöd. Egal, ich habe ja gesagt, wir machen so lange, bis wir jetzt zwei, drei Pokémon haben. Entweder schlechte Pokémon auf gutem Level. Oder halt gute Pokémon. Ja. Okay, was kriegen wir jetzt? Was? Was? Trägen wir jetzt? Mal sehen, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Es ist ein... Ich habe heute schon mal richtig Glück gehabt, heute schon mal beim Wundertausch. Habe ich getauscht, da habe ich einen Golbat auf Level 1 und 1. Das war ziemlich nice, YOLO. Ich habe gerade, dass ich das Bildschirm ausgehe. Okay. Ich muss mal sehen. So. 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 Okay. Okay. Ja, stimmt. Ja. Ich will das Ding aber trotzdem nicht haben. Mann! Okay. Ja. Ich kriege jetzt mal so ein Level 41. Ich bin noch gar nicht so weit im Spiel. Ich habe das erst gestern angefangen. Wir gehorchen nur Pokémon bis Level 35. Ich habe immer meinen Gerhard-Dos habe ich jetzt leider schon auf Level 36. Deswegen gehorchen wir da schon mal gar nicht mehr. Ist nicht so gut. Tschüss. Tschüss. Levitat. Tschau. Ah Leute, 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 Leute. Bäm, 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 bäm. Oh. Keine Erfahrung, ey. Was kriegen wir jetzt? Wir kriegen ein Pokémon in einem Pokéball. Das ist jetzt schon wieder sehr gut. Sehr viel versprechen und ja, das ist ein Nebelang. Mann, ey. Was kriegen wir hier mal so Pokémon? Ein weiterer Team hat ein richtig schlechtes Level 6 oder so getauscht bei Pokémon als als Sophia. Bis so was der bekommen hat, Level 100. Und ich glaube, es war auch noch ein Legi. Man sich einfach so denkt, was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Warum kriege ich so was nicht? Ich will einfach meine Hand genau hier vorhalten, ey. Voll krass. Hier, noch ein bisschen. Wie mein Laptop einfach gerade, wie der Laptop einfach gerade hier so steht. Der ist fast komplett unten, nach unten geklappt, Alter. Wie, der Nintendo liegt hier einfach... Oh, hier, das ist der gesehen. Liegt hier einfach... Touchpad. Touchpad. Ach, keine Ahnung. Scheiße. Liegt da einfach... Unruhig mit der Maus. Man hat keine Maus angeschlafen. Mom, die sind nur Digga, wo man sich so denkt, was soll der Scheiß. Jetzt... Nebulak. Jetzt ist es dich. Ich will dich nicht sagen. Wir kriegen ein Pokémon. In einem... Hyperball. Ich habe hier so einen... Abra in einem Hyperball. Warum? Ich will das Ding nicht. Ich will doch keinen Sinn mehr haben. Ich will doch keinen Mega-Sinkballer. Ich will das nicht haben. Ich will es nicht haben. Nein. Mann. Ich will einfach mit dem Stift, die so kompletten... Ähm. Ich habe vom unteren Display etwas nichts mehr erkennen können, wenn es an unten steht. Tschüss. Arrrrrrrrrgh. Nun rundt euch! Nun rundt euch! Absicht! Ja, cool. Krass. Okay. Abra, der sollte nett sein. Tschüss, Abra. Ich hab dich ohne. Ich geb dir viel Mühe. Habt ihr euch denn? Ich hab dich. 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 Mann. Okay. Kindergarten dabei. Juhu. Hehe. Mann. Okay. Ich möchte mich irgendwie helfen von euch. Von den 3, 2 Aufrufen gehen. Äh. Hab jetzt eh schon abgeschaltet. Also einer. Nicht die Krass, ne? Mann. Ist doch scheiße, ne? Ich mach jetzt mal ein vernünftiges Pokémon, bitte. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich bin ein gutes Pokémon. Ich rieche gleich ein gutes, aber ich muss da hunderttausendmal bei einem E-Body machen. Ooooooh. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich geh jetzt mal weg. Ich guck jetzt nicht da drauf. Ich geh einfach... Ich guck jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ich hör's ja aus, wenn das fertig ist. Wenn das ganz fertig ist, dann, 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 dann... Ich geh hier hin und dann atme ich in den Augen schmim. Und dann gucken wir also gleich erst mal die S-Body-Latau. Sehe ich erst, wer sich Pokémon nicht haben. Versteht ihr? Okay, ich glaube, ich bin gleich nicht. Ich glaube, ich bin auch. Ooooooh. 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 Tausch starten. Okay, was hab ich? Och, was soll ich damit? Egi! Das will ich nicht. Ich will das nicht. Was ist das? Mann, Junge! Das ist das die Scheiße. Soll das? Ich will die ganze Zeit immer nicht. Das ist die Scheiße immer nicht. Nein! Ja, der ist... Jörg. 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 Ich mach's jetzt wieder so, aber ich... Ich hab's jetzt wieder zu flimter zu werden. Deswegen, vielleicht wird er jetzt rückständig, aber jetzt wird etwas verrückt, das kann ich gar nicht sehen, denn ich bin gerade nicht so. Jetzt wird es nur noch nicht schön, oder? Ja? Wer ist das denn Pokémon? Wird das denn? Das heißt, ich glaub ich hab's schon. Ja, hab's schon mit dem Tragozzo. Okay. Ich will es auch nicht haben. Auch wenn dieses Knogger eigentlich ziemlich geil aussieht. Aber ich will es vergaustlos nicht haben. Ich will aber dieses Knogger auch nicht haben. Außer es ist es nicht wohl. Es läuft ja übernimmt. Es ist aber nicht. Es ist Level 1. Mann, ey! Dieses Pokémon wird getaucht. Ja, natürlich. Nein, du bist so. Ich glaube, weil ich beim nächsten Dienst mache, am nächsten Wunderttausch-Sonntag, kann ich mir nur irgendwie Gerüchte über die Switch und so aussuchen und da weiter von Labern gehen. Nimm ich mir Handy, wieder an Seiten, guck die Information und Labern dazu. Ey, solange die Scheiße dauert. Ich habe immer noch nicht ein gutes Pokémon-System. Es ist das erste Pokémon, das ich tauschen sozusagen ist. Ich guck jetzt, weg im Schrott, wie es so Pokémon war. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geil! 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 Auf jeden Fall geil! Level 1? Ich bin scheißegal! Level ist denn halt hoch! So! Erodi! Verpiss dich! Erodi! 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 Sphurt! Erodi! Erodi! Oh mein Gott! Erodi! 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 Und so, mein Superintendent 0! das ist richtig schlecht ist aber ich lasse mir das ich lasse mir das so wie ich eben gesagt habe hoffe ich jetzt nicht die Facecam hat die ganze Zeit aufgenommen hoffe schon der Bildschirm war dann einfach schon wieder aus oh mein Gott Leute es ist richtig krass gewesen ich erst mal so ein Bautz ey Dinger ja gut warum nicht ne einfach mal so ein Bautz okay ja richtig geil richtig richtig geil auf jeden Fall ey das hat sie gelohnt so ich würde sagen ja übrigens heil Video juhu okay das ist das ist richtig geil ich bin mega happy ey okay ich einfach die Story immer noch weitermachen muss weil ich jetzt in die die Dinger Höhle gleich gehen okay das ist echt cool nice okay ich würde sagen bis zum nächsten Mal vielleicht ist das nur heute keine Ahnung scheiß drauf wie mega geil hat es gelohnt Bautz alter Bautz okay ja bis zum nächsten Mal ciao und rotum schaut dass man nicht rotum was sagen kann und dann spricht er es nach oben oder so ich finde es nicht so geil weil ich einfach einfach manchmal so ja genau das ja einfach manchmal so blimpig auch so dass ich geil liebe das oh das ja wieder einmal manchmal so spricht ne hier guckst manchmal wenn er mal so selten wenn man so spricht wie es einfach aussieht der ist so cute nochmal ja als ob jetzt die Karte kommt ey Fick dich ins Knie alter Fick dich ins Knie ich glaube jetzt das ist auch so ein bisschen komisch aber wenn du zum Brot gedrecks manchmal spricht er einfach immer jetzt spricht er wieder wieder Aaaaaaah so süß manchmal spricht er halt und manchmal geht er dann auf die Karte das ist nicht mal abwechselnd hier gerade ist es abwechselnd warum auch immer aber das ist einfach irgendwann manchmal ist das Zufall manchmal nicht keine Ahnung aber ich ist ich liebe dieses Spiel einfach es gibt zwar auch viele Kritikpunkte Kritik Kritikpunkte welche ich auch nicht so wirklich gut finde aber eigentlich ist das Spiel echt geil von der Grafik her vor allem auch ich mein manchmal ist es ja nicht so geil da denkt man so ist das Pokémon X oder so weil manchmal ist es einfach so ultra verpixelt wieder aber eigentlich ist es an vielen Stellen ist es echt okay richtig geil manchmal sogar ähm nur von nur wovon ich auch enttäuscht bin zum Beispiel wenn man den Pokémon Sucher aktiviert wo man Foto und so macht ne von Pokémon da bin ich ein bisschen enttäuscht von diesen Büschen wie wie scheiße die einfach sind die sind so richtig scheiße muss man mal ganz klar so sagen aber es ist auch kein kein Bewertungsvideo zu Pokémon Sonne oder so sondern es war ein ich hab vergessen ich es auch ja Wundertausch Sonntag den es jetzt immer mal wieder zwischendurch geben wird ein Alola Tanz zum Abschied oder so keine Ahnung mega random mega random ok 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 ja ok ja ich weiß dass eh keiner in die Kommentare schreibt aber ich sag's trotzdem wenn ihr mehr random Momente wie den ihr eben haben wollt dann schreibt einfach in die Kommentare Hashtag random moments und ja keine Ahnung wie ich darauf jetzt komme aber ist egal scheiß drauf äh ok bis zum nächsten Mal zum dritten Mal oder so tschau Leute till here 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 here